Immer wieder bekomme ich bei der Besprechung von Songs, also bei Mix-Kritik-Sessions zum Beispiel, folgenden Hilferuf. Jonas, ich habe meine Stimme gedoppelt. Ich habe doch alles genauso gemacht, wie du es in deinem Video gezeigt hast. Aber irgendwie will die Stimme nicht größer und breiter werden. Was kann ich tun? Hi, ich bin Jonas vom Recording-Blog und damit du mir diese Frage demnächst nicht auch stellen musst, verrate ich dir heute mal den einen Fehler beim Doppeln, der mir immer und immer wieder begegnet und doch eigentlich nur auf einem kleinen Verständnisproblem beruht. Ich will dabei aber gar nicht so einfach nur auf den Fehler draufhauen und den aufdecken, so nach dem Motto, wie kann man nur so blöd sein? Nein, denn erstens hilft es keinem weiter und zweitens hast du das Problem damit ja noch lange nicht gelöst. Deshalb verrate ich dir gleich auch direkt in der Session noch einen Trick, wie du das Problem ganz einfach beheben kannst, vor allem, wenn du selbst nicht der Musiker im Song warst, den Song aber trotzdem groß abmischen sollst. Diesen Fehler beim Doppeln habe ich übrigens oft erst gefunden, wenn ich mir die Session direkt angeschaut habe, quasi der Blick unter die Motorhaube des Mixes. Das passiert zum einen bei Coachings im Recording-Blog-Premium-Bereich, da ist ja ein Coaching in der Jahresmitgliedschaft mit eininkludiert, so nennt man das, aber auch bei einzelnen Coachings oder Mix-Kritik-Sessions, Mix-schwieriges Wort, Mix-Kritik-Sessions passiert das, wenn wir nämlich zusammen direkt in der DAW auf einen Mix draufschauen. Ich öffne dann also meistens die zugeschickte Session und sehe dann das hier. Kannst du es schon erkennen? Ich mache mal einen Zoom, damit du es besser erkennen kannst. Siehst du es? Das sind exakt die gleichen Wellenformen, die du hier bei diesen drei Spuren untereinander siehst. Das heißt, hier wurde nicht gedoppelt, hier wurde dupliziert. Die Idee vom Doppeln ist ja eigentlich, dass man eine Aufnahme nochmal und nochmal macht, damit man die gleiche Aufnahme, aber aus unterschiedlichen Takes hat und dann eine Aufnahme in die Mitte packt und zwei weitere Aufnahmen nach links und rechts außen packt und die leichten Differenzen zwischen den Spuren sorgen dann für den großen Stereo-Effekt. Aber duplizieren, also einfach die Spur mit der rechten Maustaste anklicken und dann hier duplizieren wählen, das haut nicht hin. Dann hat man ja nur dreimal die gleiche Spur und es wird einfach nur lauter. Und da hilft es dann auch nicht, wenn die Spuren im Panorama nach links und rechts außen geschaltet wurden. Wir können ja mal kurz reinhören, wie das klingt und ich gebe die Spuren dann mal dazu. Es ist also folgendes passiert. Ich habe die beiden Spuren dazugegeben, die dupliziert wurden, also kopiert wurden und dann nochmal dazu gemischt wurden, die zwar nach links und rechts außen gemischt wurden, aber letztendlich ist es die gleiche Aufnahme, also wird es einfach nur lauter. Die Idee vom Doppeln ist ja, dass man Unterschiede zwischen der linken, der rechten und der mittleren Spur hat. Also gilt es, diese Unterschiede herbeizuführen. Und das kann man auf verschiedenste Arten und Weisen. Man kann zum Beispiel hier die beiden Spuren, die man dupliziert hat, also wenn du keinen Zugriff auf neue Aufnahmen haben solltest für deinen Mix, dann kannst du zum Beispiel die ein bisschen unterschiedlich gestalten im Gegensatz zur ersten Spur. Indem du zum Beispiel mit der rechten Maustaste hier draufklickst und einfach mal die Stimmung hier ein kleines bisschen veränderst. Lege ich einfach mal bei der einen Seite 10 Cent drauf, verstimm die also 10 Cent nach oben und bei der anderen Seite verstimmst du die einfach mal um 10 Cent nach unten und damit sollten sie schon ein bisschen unterschiedlich sein. Mal gucken, wie das Ganze jetzt klingt, wenn wir die drei Spuren abhören. Also es passiert was, aber es fast vor sich hin und es scheint nicht so ganz so cool zu sein. Also könnte man ja noch den Haas-Effekt dazu nehmen und die linke Spur einfach mal ein bisschen verzögern. Das kann man hier auf der linken Seite zum Beispiel machen. Dann verzögern wir einfach mal die linke Spur um 10 Millisekunden, 10 Sekunden wäre vielleicht ein bisschen viel und die rechte Spur verzögern wir einfach um negativ 10 Millisekunden. Das heißt, wir haben jetzt die linke und rechte Spur, die eigentlich dupliziert wurden, einmal verstimmt und einmal zeitlich verzögert. Die eine Spur ein bisschen nach vorne geschoben, 10 Millisekunden nach vorne geschoben und die andere 10 Millisekunden nach hinten geschoben. Und jetzt, wie klingt das jetzt in Stereo? Im Mix subtil dazugemischt, machen wir mal, könnte das eigentlich schon funktionieren. Ich ziehe die mal runter, wir hören mal was passiert. Okay, so weit, so gut, das ist okay. Das hat seinen eigenen Sound, man kann damit arbeiten. Aber wenn du jetzt einen richtigen Unterschied von den beiden duplizierten Spuren herstellen könntest zu der Originalspur, das wird auch wahrscheinlich richtig cool. Und ich benutze dafür sehr, sehr gerne ein Auto-Tune-Plugin. Denn wenn du ein Auto-Tune-Plugin nimmst, dann verändert dieses Auto-Tune-Plugin ja von der Stimme quasi die Tonhöhen. Und zwar permanent und komplett immer angepasst an das Material, was am Start ist. Und wenn wir das mal machen, ich lade hier mal meinen Freund, den Crispy Tuner rein, aber du kannst natürlich auch jedes andere Tool nehmen. Der Crispy Tuner ist ein Auto-Tune-Plugin. Wir stellen mal die richtige Tonart hier ein. C-Dur ist die richtige Tonart. Und ich kann dir ja mal kurz zeigen, was passiert auf der linken Spur, wenn wir das aktivieren. Und du hörst schon, ja, der Auto-Tune-Effekt ist natürlich deutlich da, aber das sind ja nur subtil hinzugemischte Spuren. Das heißt, wenn wir das auf der rechten Seite auch mal machen, wir kopieren einfach den Crispy Tuner rüber, haben die gleichen Einstellungen, machen vielleicht beim Tuning ein kleines bisschen eine Änderung irgendwie, können hier vielleicht die Pitch noch ein bisschen um 10 Cent verändern oder so. Spiel einfach mal ein kleines bisschen rum, kannst auch ein Detune machen hier so um, was weiß ich, 5, 6, 7 Cent. Auf jeden Fall so, dass sie unterschiedlich voneinander sind. Und wenn wir das jetzt hinzugeben, ganz subtil mal zu unserem Vocal, das machen wir gleich nochmal im Mix, aber jetzt gebe ich die erstmal dazu. Dann machen wir von vorne. Ey komm, wir fahren einfach los, Zitronen blühen sehen, im Sonnenuntergang am Wasser stehen. Sehr jeden Stern am Firmament, bis lila Wolken sie verwehen. Ey komm, wir fahren einfach los in ein neues Leben. Ganz einfacher Trick, du kannst also deine Vocals durchaus auch nur duplizieren und dann zum Beispiel mit einem Autotune-Plugin verbiegen. Und falls du noch mehr wissen willst über dieses Autotune und wie man damit zum Beispiel den perfekten T-Pain-Sound hinbringen kann, diesen richtig Rapper-Autotune-Effekt, dann verrate ich dir das in diesem Video hier oder in diesem Video, da wo das dir angezeigt wird, auf jeden Fall werde ich es dir da verraten. Du kannst da reinschauen und dich mal inspirieren lassen, damit zu arbeiten. Oder du nimmst einfach dieses Video hier oben oder dieses Video hier oben, wie der T-Pose angezeigt wird, wo ich dir dann noch verrate, wie du deine Stimme mit perfekten sieben Einstellungen im Equalizer noch optimaler einstellen kannst. Wir sehen uns die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassu! Ja, da Roote! Ja, da Roote! Aha! Wä Mud